Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest hinter Schloss und Riegel anzunehmen bei Bane Bluthoof in diesem Gebiet. Ich bin hier zwar auf einem Schiff, aber der Bane verfolgt euch, selbst wenn ihr hinunterspringt oder hinunterfallt. Quest ist angenommen. Nun darf ich drei Schlüssel besorgen. Ich zeige euch wo die sind und ich zeige euch auch wie man wieder auf Schiff kommt, falls man hinunterfällt oder durch den Boden fällt, durch den Bug. Völlig egal. Als erstes gleich hier oben Kapitän Lichtfort. Ich gebe auch die Map. Bin also auf dieser Seite. Gleich ist er tot. Sollte euch dieses Video helfen, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Oder wenn ihr mich abonniert, hilft mir sehr und motiviert mich sehr, weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. So, der nächste Schlüssel ist ganz oben, den ich hole. Erstmal die Thresh-Mobs töten. Nun darf man hier oben hin und wie ihr seht, hängt der Schlüssel hier dran. Kann man aber nicht looten, da man gehauen wird. Oh, kann man doch. Nun müsste man nicht mal den Mob töten. Man könnte auch hinunterspringen. Ich töte ihn und werde danach hinunterspringen, um euch zu zeigen wie man wieder hoch kommt. Und danach hole ich den letzten Schlüssel. Hier mache ich jetzt nicht extra die Map auf. Es ist ja quasi an der selben Stelle, nur ein Stockwerk höher. So, nehmen wir mal an, ihr seid hinunter gefallen. Nun seht ihr, bei dem Schiff gibt es keine Leiter und kein Seil, wo man wieder hochklettern kann. Ich lauf mal, ich lauf mal um Schiff, damit ihr das auch seht und mir glaubt. Nun darf man zu diesem kleinen Boot hier laufen, wo der Sailing drauf ist. Gleich hinter dem großen Boot, also nicht kompliziert. Und dann bekommt man diesen extra Knopf. Solltet ihr den nicht bekommen, schaltet mal eure Addons aus und schaut danach. Und man kann auch abgemountet sein, völlig egal. Wichtig ist, dass man in der Nähe dieses Bootes ist. Denn wenn man ein bisschen weg geht, ist der Knopf nicht mehr da. Also ganz nah dran. Und dann kann man den extra Knopf benutzen. Wie gesagt, auch wenn man auf dem Mount ist. So, nun hole ich den letzten Schlüssel. Dazu muss man einfach auf der anderen Seite hineinlaufen. Mache ich, nachdem ich die Mobs getötet habe. Und hier ist Apotheker Burg. Aber man braucht hier diese Aufzeichnungen. Die kann man vermutlich auch looten, während er euch haut. Und man hat den Schlüssel bekommen. Man müsste ihn also quasi auch nicht unbedingt töten. Mache ich aber. So, nun darf man verstärkten Käfig aufsperren. Dazu läuft man einfach wieder unter Deck. Ganz nach unten. Und hier nochmal nach unten. Und hier ist dieser verstärkte Käfig. Einfach benutzen. Wir haben ihn. Dann wollen wir das Schiff mal auslaufbereit machen. Möge die Ehrmutter auf euch wächeln. Quest ist dann abzugeben. Bei Bane Bluthuf. Im. Diva Garde Sund. In diesem Gebiet. Ihr habt ja schon gesehen, dass der euch verfolgt. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Tschau. Guiconow. Vielen Dank.